Hier haben wir jetzt den Magpul Masara ACR Folding Stock. Das heißt, dieser ist verstellbar. Das ist zum Beispiel auch der, der mit der A&K geliefert wird. Kostet bei Sniper Airguns 109 Euro plus Versand. So sieht das gute Stück eingefahren aus. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, dieses Ding nach hinten zu verschieben. Das heißt, in der Länge zu verändern, aber natürlich auch kürzer. Also es gibt verschiedene Schritte. Der rastet auch jedes Mal ein. Wie ihr seht, könnt ihr das mehrfach verstellen oder halt bis zum Ende. Außerdem haben wir die Möglichkeit, das über diesen Button umzuklappen. Das heißt, das kennt man vielleicht schon von der G36. Ist jetzt etwas schwer ohne Waffe, denn klappt das um. Und somit ist das dann nochmal kürzer. Ich zeige euch das auch einmal kurz an der Waffe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.